So, meine Damen und Herren, liebe Mädchen und Buben, liebe sportigeisterten Jugendliche, wir kommen nun zur Siegerehrung des zweiten Soccer Cups U11, organisiert von der Fußballschule Raffel Thomas hier persönlich auch anwesend bei der Siegerehrung. Auf dem Rasen des Stadions SV Ralfeisen, den Don, wir begrüßen auch herzlich zur Siegerehrung den Ommann des Sportvereins des hiesigen Herrn Kurzmann Gerhardt, der hier die Medaillen auch überreiten wird. Wir danken allen Anwesenden für das faire Spiel. Es gibt noch einen Sieger, aber alle bekommen Medaillen hier. Wir beginnen mit der Mannschaft, die den 20. Platz erreicht hat. Wir gratulieren zum 20. Platz den Mädchen und Jungs aus Güsting. Und auf dem Raum Nummer 19 gratulieren wir herzlich. Wir freuen uns für das Team für Wien, FAC. Die Gäste sind schon nach Hause gefahren, verständlicherweise. Platz Nummer 18 geht an das Team aus Gröning. So gefahren, wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Und auf dem 17. Platz die Mannschaft aus Trawa. für die Mannschaft aus Trawa. Für die Mannschaft aus Trawa. Der SV Sturm ist mit mehreren Mannschaften angereist und auf dem 16. Rang bieten wir die Mannschaft von 10 von Sturm Graz. 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 Auch hier sind die Gäste schon ausgecheckt und sind abgereist. Eine Grazer Mannschaft hat den 13. Rang erreicht. Wir freuen uns mit der Mannschaft des DRK. Wir freuen uns mit der Mannschaft von 10 von Sturm Graz. Wir freuen uns mit euch, dass der DRK wieder reist. Und wir freuen uns natürlich auch, dass die Stürmer da sind, die schwarzen Stürmer. Auf dem Platz Nummer 12 die Mannschaft Sturm Schwarz. Die Mannschaft von 10 von Sturm Graz. Die Mannschaft von 10 von Sturm Graz. Wir bedanken uns für das Bundesgemein Turnier und wünschen wir Ihnen eine schöne Heimhäuser mit Ihnen. Wassermann, 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 wir sind nicht gut zu tun! Wir kommen zum Elchkorat dieses Turniers. Das sind die Gäste aus Brünn. FC Sprungjonga, Brunno. So und weder habe ich es so undeutlich getroffen oder sie sind schon abgereist. Abgereist sind die Gäste aus Brünn. Ja, auf dem Platz Nr. 10, SC Schobron. Das ist die Gäste aus Brünn. So und weder habe ich es solle advice von schweizer, so und wie es das Ganze aus Brünn in 5 Jahren. Und das ist die Gäste aus Brünn. So und wie es das Ganze aus Brünn in 5 Jahren ist es zu sein. Und das ist eine sehr schöne Heimhäuser mit Ihnen. Und das ist die Gäste aus Brünn. So, jetzt sind wir bei den Zerenen unter 10 auf dem Platz Nummer 9. Die Mannschaft des MTK Budapest. Jetzt kommt wieder eine Mannschaft aus Österreich, aus Wien. Wir gratulieren zum achten Platz der Mannschaft der Vienna. Die Mannschaft des MTK Budapest. Jetzt kommt wieder eine Mannschaft des MTK Budapest. So, der siebente Platz dieses Turniers geht an eine Grazer Mannschaft. Wir gratulieren zum siebten Platz der Mannschaft von Sturm Weiß. So, der siebente Platz dieses Turniers geht an eine Grazer Mannschaft von Sturm Weiß. Wir freuen uns mit der Mannschaft aus U-Wahn über den sechsten Platz und gratulieren zum sechsten Rang der Mannschaft von Ferrez Warhol-Spurarbeit. So, der siebente Platz ist. 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 So, eine weitere Mannschaft aus der Gegend um Wien. Wir gratulieren zum vierten Platz ganz herzlich der Mannschaft aus Wiener Neustadt. 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 Wiener Neustadt.